Hallo liebe Freunde des Gepfling Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Egon, zu einem Spiel Civilization 5. Wir sind Griechenland, haben ein, zwei Ouse getrunken, ein paar Oliven geschnupst und sind bereit die Welt zu erobern. Wir haben Frieden geschlossen in unserer weißen Voraussicht und unserer un- quasi unmenschlichen Gnade haben wir die Jochon nochmal vor ihrem Untergang bewahrt. Und wir werden aber nicht drumherum kommen, die Jochonen hier bald vom Kontinent zu vertreiben. Das ist klar, auf langer Sicht müssen wir da auf jeden Fall Moskana einnehmen, Agaidika und Temuag wird bald uns gehören. Gerade Temuag können wir mit einer starken Marineflotte hier mal einnehmen, habe ich mir gedacht. Und dann mit einer schnellen Einheit so rein schwuppen, schwupp, schwupp, zack, eingenommen. Dann ist hier der Süden schon mal näher bei uns. Und von dort aus ist es dann ein einfaches, über die weiten Felder des Agaidikaischen Vorlandes hier reinzustoßen. Und dann schauen wir mal, was wir mit Moskana machen. Geschützt durch diese Gebirgsspalten. Aber wir haben ja hier zum Glück unsere immer noch existente Zitadelle am Start. Die es dann hoffentlich einfach machen sollte, für uns da reinzugehen. Und ich freue mich schon sehr darauf, wenn hier endlich mal unsere Kulturgrenzen geschlossen werden, dann ist das auch geklärt. Und wir ein zusammenhängendes Reich haben bei Argos. Das wird es noch ein bisschen dauernd. Ich gehe nicht davon aus, dass wir das noch erleben. Und das Marmor haben wir auch schon sicher. Mein erklärtes Ziel ist es, gegebenenfalls gar nicht das Spiel zu gewinnen, sondern riesige Killerroboter zu erschaffen. Denn die riesigen Killerroboter habe ich seit, weiß nicht, ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann wir die überhaupt mal eingesetzt haben, gebaut haben. Ich weiß, dass ich es mal gebaut habe. Ich weiß auch, dass es ein altes Let's Play gibt, in dem sie zu sehen sind. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, mal bewusst darauf hingeteckt zu haben, weil ich mich dann doch immer für den pazifistischen und wissenschaftlichen Weg entschieden habe. Diesmal werden mir aber die riesigen Killerroboter auf jeden Fall mit der Kernfusion uns aneignen. Die Kampfpanzer müssen da verbessert werden. Gut, dauert ja nur noch 56 Runden und ein paar zerquetschte, was wir auf jeden Fall machen. Ist über den Dünger. Erstmal wieder wachsen, dann mit der Artillerie. Erstmal probieren. Mit der Einnahme von Temuak. Da können wir ja auch, wenn wir uns hier so zack, zack hier hinstellen. Beziehungsweise, die würden uns dann ja bei der Einnahme von Mosonkani weiterbringen. Hier, ich mache mal das Grid an. Agaedica kann bis hierhin schießen. Und wir können diese vier Felder, haben wir ja schon festgestellt, besetzen. Außerdem können wir dann, wenn man hier hingehen, ne, die können wir noch, hier haben wir dann auch nochmal zwei, drei zur Verfügung, die uns dann dabei helfen können. Außerdem werden wir gucken müssen, dass wir unsere Marineflotte schleunigst verbessern. Das heißt, in nächster Zeit gehen wir auf Science, auf Wissenschaft. Wir brauchen dafür natürlich unsere verbündeten Stadtstaaten, die uns hier entweder mit Handel, Luxusgüter oder Science gibt es gar nicht, ne? Quatsch, Kultur. Kultur ist immer gut. Diplomatie. Sophia ist bei uns. Mogadischu, Monaco nicht. Kommt noch. Colombo. Kommt. Kaufmännisch sind sie, ja. Maritim, religiös, maritim. Kaufmännisch. Metaristisch kultiviert. Siam macht da echt, oh, die können wir uns schnappen. Färbemittel haben wir schon, Färbemittel. Ey, lass uns das sofort nehmen. Zack, eingekauft. Können wir gut gebrauchen. Kultur auch. Mit nur noch zwei weiteren Sozialpolitiken bekommen wir dann auch alle Patronatzweige. Und Stadtstaaten schenken uns große Persönlichkeiten. Bis das fertig ist, werden wir höchstwahrscheinlich sowieso dann unsere erste Ideologie haben. Und hier werden wir unser Militär genau dort belassen, wo es jetzt ist. Kannst du hier bleiben, John? Ja, John. Tu das. Nächste Runde. Ansonsten sind wir militärisch okayig aufgestellten. Nur fünf Euro. Wie wär's denn mit... Nee. Es muss doch jemand geben. Der noch... Der noch andere Luxusgüter hat. Kakao. Hier. Sehe ich doch. Handel. Nee. Was bedeutet das denn? Unsere Objekte. Aber seine. Seine hat er. Ah, okay. Wir können hier drüber. Gewürze, Kupferkohle, Edelsteine, Eipelze. Keiner hat was über, ne? Es ist eine weltweite Shortage. Ich bin der Hänge, der zwei hat. Sind wir immer noch der Letzte? Ja. Klar. Aber, nur denn. Kohleöl, 21 Öl. Oh, ja, 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 ja. Wird eine Schwergeburt. Es geht davon aus, dass wir das Spiel nicht unbedingt gewinnen. Aber, Killerroboter, ich sag's euch. Wir können, wenn wir hier oben eh schon eine Straße gebaut haben, auch hierhin noch eine Straße bauen. Das holen wir mit nach Athen. Die Kanone heilt. Und ihr bleibet dort. Den Langschweidkämpfer können wir upgraden. Machen wir direkt. Kakao gegen Salz. So läuft's doch sehr gut. Oder haben wir das schon die ganze Zeit gehabt. Wie viel haben wir? Haben wir jetzt immer noch zwei Kakao? Bestimmt. Wir haben immer noch zwei Kakao. Dann gibt's jemanden, der bereit ist, sieben Gold zu zahlen. Und offene Grenzen mitzunehmen. Ich bin dafür sechs Gold. Bei dir sind es die offenen Grenzen, ne? Die nehmen wir mit. Da hab ich großes Interesse dran, mit allen offenen Grenzen zu haben. Du hast auch sieben Gold. Du hast auch sieben Gold auf Tash, ne? Hä? Ach, du magst gar keinen. Du möchtest gar keinen Kakao. Naja. Das wird nicht passieren. Haben wir drunter gehandelt. Wir sind gerade eben aus dem Krieg raus. Nichtsdestotrotz. Sechs Gold pro Runde. Na gut. Wir nehmen die fünf. Er ist von unserem Kakao abhängig. Und wenn es dann zum nächsten Krieg kommen sollte, wird er ins Unglück stürzen, sage ich euch. Weil er dann kein Kakao mehr hat. So sieht es nämlich aus. Ins schiere Unglück. In diesen Friedenszeiten bauen wir noch eine Fregatte, noch eine Kanone. Aha. Und einen Armbrustschützen. Und noch eine Fregatte. Alles gut. Machen wir einfach mal. Bis wir dann noch ein Handelsschiff bauen können. Der Bautrupp kann die Straße bauen. Und ist in einer Runde schon fertig. Dido. Schaka ist so ein Ärgernis geworden. Ohne uns. Ram Kamerang. 14.000. Wir haben immerhin mehr als Nebu. Boccatello. Ja. So ungefähr gleich. Aber wir können da nicht Profit rausschlagen. Wenn Ram Kamerang. Wenn Ram Kamerang. Ram Kam. Hang. Ram Kamerang. Denn ernst machen sollte. Embargo gegen die Inka. Aha. Nö. Wir machen die internationalen Spiele. Da gehen wir mit. Und da werden wir diesmal auch ein bisschen was produzieren. Hab noch Sparta mit dir. Oh. Ach. Die haben wir geschenkt bekommen. Eine Kavallerie geschenkt bekommen. Das nenne ich mal. Gut. Nächste Runde. Dann soll Athen die Kanone fertig machen. Wie wäre es mit stehendes Herbesteuern? Katakos, Sulu, Dänemark. Ne. Woher meinte ich. Luxusgut verbieten. Brauchen wir auch nicht. Embargo. Hier ist Weltwunder. Naturwunder. Weltreligion. Weltideologie. Kunst- und Wissenschaftsfinanzierung. Steiger die Generierung großer Wissenschaftler, Ingenieure und Händler. Verringer die Generierung, Schriftsteller, Künstler, Musiker. Beide würden das führen, dass alle glücklicher sind. Okay. Und historische Wahrzeit. Mensch. Ah, Gelände vor Ort. Ja klar. Find ich gut. Natürlich. Für uns ist es doch bestimmt gut. Wir sind technologisch so weit hinten, dass das gut sein kann für uns, wenn wir es 20% schneller erforschen können. gegen Städte. Und Athen hat schon die Kavallerie am Start. Das machen wir nicht. Wir brauchen auf jeden Fall den Frachter, den wir in einer Runde aber auch kaufen können. Deswegen mach ein bisschen was für die internationalen Spiele. Wir können nicht erster werden, aber so zweiter oder dritter. Sehr gut. Wenn wir so viel mit deinem zu tun haben, dann kannst du mir bestimmt auch ein offene Kränze geben. Huch. Gut, 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 gut. Athen kauft gleich den Frachter. den er in die Stadt mit dem weißen Gold schickt. Zurstadt mit dem weißen Gold schickt. Ja. Ihm waren noch glücklich. Jetzt ist er traurig. Wankelmütiger Blauzahn. Bisschen wie die Bluetooth-Verbindung mit meiner Bluetooth-Box, wenn ich mich ein bisschen von der entfernen habe und wieder hingehe. War glücklich. War traurig. Hier machen wir auch die... Ah, wobei Monument ist schon gut. Aber die internationalen Spiele haben gerade Vorrang. Und wir wollen unsere Flotte gerne vereint hier sehen. Der neue Frachter, Kanach Mosonkani, für sechs Wissenschaft und 23 Gold. Aber ich würde ihn lieber nach Kartago schicken. Denn es kann ja auch gut sein, dass die Schorschonen von sich aus den Krieg wieder beleben wollen. Und da will ich drauf vorbereitet sein. Ihr könnt eine neue Politik einführen. Die Stabilität bei den Stadtstaaten wird erhöht auf einen Basiswert von 20. Und das bedeutet, ja, dass jetzt hier und da es dann doch so ist, dass sie uns wohlgesinnt sind. Und Kakao auf eine Grenze, fünf Gold pro Runde annehmen, ja. Pak Kartago. Die Welt ist in Zweit. Weltpolitik. Denanziert Dänemark. Siam. Wir wollen Dido auf jeden Fall auf unserer Seite haben. Nee, wir wollen Siam auf jeden Fall auf unserer Seite haben. Erst im Krieg mit den Schorschonen hat er einiges an Wundern gebaut. Broadway hat er schon gebaut. Okay, das Spiel ist so nicht mehr zu gewinnen. Und hat ein paar Verbündete. Denanziert Babylon, verraten Schorschonen, denanziert Kartago. Wir sind Freunde für 24 Runden und Dänemark auch. Aber Dänemark ist trotzdem nicht glücklich mit uns. Der Freund unseres Freundes ist anscheinend nicht immer unser Freund. Beispiel in Sofia und in Valetta. Aber in Sofia sind wir immer noch sehr gut dabei. Wir wollen Naturwunder denken. Das würde ich auch gerne. Wo ist denn eigentlich unser Speer? Hier. Ist es dein Ernst? Dort willst du hin? Junge, geh gefälligst dort rein. Und schicke gleich noch einen hinterher, sage ich mal. Und hier. Ihr könnt übrigens wieder die Wälder kunden. Wie war es damit? Als ob wir es hier bräuchten. Wir haben Fregatten. Und auch hier internationale Spiele. Nächste Runde. Mit Nebu. Nee, danke. Der Friedensvertrag mit Bocatello ist beendet. Da bin ich mal gespannt, aber direkt zum Gegenangriff. Natürlich will ich mit dir zusammenarbeiten. Wann gemütiger. Kommt rüber hinweg. Bocatello ist freundlich. Nebu ist zwar auch freundlich mit uns, ist aber auch nicht begeistert davon. Sehr gut. Und Sie haben gründet hier weitere Städte im absoluten Wasteland. Muss er wissen so. Muss er wissen. Wir gehen wieder auf Landeinheiten. Und bauen die staatliche Hochschule. Aber nicht hier, sondern in Athen, die in einer Runde wachsen werden. Und die internationalen Spiele. Lassen wir jetzt mal noch nicht ganz internationalen Spiele sein. Denn wir brauchen hier Kornspeicherhafen, Bank. So viel Zeug brauchen wir. Aquaduct, Universität. Die brauchen wir zuerst. Dänemark. Mann, Mann, Mann. Wenn wir Dänemark nicht koalieren sollen. Die ganze Welt hasst Dänemark. Weil, weil. Hat die jetzt gewachsen. Wir sind da angekommen. Wir haben eine Dreierflotte. Forschungsabkommen. Du hast Krabben. Sieben Gold pro Runde für acht Gold pro Runde. Für neun Gold pro Runde. Uh, neun Gold pro Runde. Günstig. Wir bekommen einen großen Künstler in zwei Runden. Den werden wir. Was? Nein, 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 nein. Wo, wo habe ich hier Krieg gegen Dido? Weil ich in ihre Grenzen rein wollte oder wie oder was? Verbündete Handelsbegeplündert. Schriftsteller und Künstler geboren. Okay, wir können kein großes Werk erschaffen. Wir schreiben ein politisches Traktat. Bringen uns ein paar Runden weiter. Und Pablo wird uns mit einem goldenen Zeitalter beglücken. Offene Grenzen auf jeden Fall. So, wie sieht es denn mit den Spielen aus? Ich glaube, da haben wir Forschungsabkommen. Ja, gerne. Die Spiele sind hiermit beendet. Drei Runde damit. Wir sparen unser Geld. Wir bauen ein Monument. Wir bauen einen Markt. Wir bauen einen Korn. Bringt der was? Wir bauen einen... Leuchtturm brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. Eine Universität. Und die internationalen Spiele sind vorbei. Und hier habe ich auch gesagt, internationale Spiele vorbei. Habe es natürlich wieder verdumbeutelt. Außerdem bauen wir einen... Einen Kolosseum. Eine Bank. Bei 64 Gold lohnt sich eine Banksparta. Und hier lohnt sich ein Zoo, sage ich euch. Dann haben wir wenigstens noch ein bisschen Zufriedenheit, wenn die Universität dann gebaut worden ist. Nächste Runde. Grand Mesa entdeckt. Und das macht Sophia glücklich. Und unser Reich sowieso. Chaka hat Nebukadnezzar den Krieg erklärt. Pocatello, Pläne gegen euch schmiedet. Pocatello schmiedet Pläne gegen uns. Der Schuft. Denkt jetzt, wo... Wo sind wir? Na, immerhin noch den Bronzen in den Pokal. Plus drei Zufriedenheit. Diese Zeitpolitik hätte ich gerne mitgenommen. Ach. Dynamit. Eine Runde schneller. Das wär's. Offene Grenzen. Klar. Immer. Gegen wen kämpft er denn? Oh, Siam greift an. So, wenn ich dich jetzt erkundige, gehst du dann hier wieder runter ins Nirgendwo oder wo gehst du hin? Forschungsabkommen würde ich so gerne annehmen, aber ich brauche mein Geld, um meine Einheiten zu aktualisieren. Sorry. Dynamit. Einmal. Zweimal. Beste Forschung wählen. Eisenbahn. Kreml. Ein zusätzlicher Handelsweg. Ist über Trall. Schütze, Industrialisierung, Dampfmaschine, Panzerschiff. Möglich. Das heißt, Pocatello ist schon bei der Kühltechnik. Und kann wahrscheinlich die Weltkriegsinfanterie bauen. Und mit der Luftfahrt wäre man auch gut mit dabei. Wollen wir dann wenigstens zur Eisenbahn oder wollen wir lieber zur Luftfahrt? Da brauchen wir noch die wissenschaftliche Methode. Dafür brauchen wir Akustik und Architektur. Aber in erster Linie Tralle und Industrialisierung, das finde ich gut. Babylon hat die Hauptstadt verloren. Und unser Spion ist wieder ready. Du gehst als Diplomat zu Siam Sukhothai. Ja. Das Atomzeitalter hat er erreicht. Im Jahre 1780. Und wir dibbeldabbeln hier links, rechts rum. Ich würde so gerne gucken, was bei ihm geht. Die Gärtlin-Kanonen hat er am Start. Aber mit unseren Artillerien haben wir ja auch richtig gut wieder. Da könnte man von hier aus, das ist schon richtig gut, ne? Wir können die Amoschützen nicht upgraden. Wir können auch die... Das können wir nicht so runter... Ne, jetzt schon upgraden. Sehr gut. Musketiere auch nicht. Wir werden die Musketiere upgraden, sobald die Schützen verfügbar sind. Und wenn die verfügbar sind, wird alles besser. Artillerie bleibt, bleibt, bleibt. Nächste Runde. Daneben, die sind Gold pro Unternehmer mit. Wir haben noch drei Runden. Goldenes Zeitalter. Und in drei Runden sind dann auch die nächsten Sozialpolitiken verfügbar. Neue Einheit von Sofia. Oh, Artillerie kann ich gebrauchen. Nehme ich mit. Dankeschön. Hier hoch, bitte. Du gehst da hin. Und wir können was mit Glauben kaufen. Ist das in Athen der Fall? Ja. Großen Propheten. Hm. Können wir noch eine Religion gründen? Ach komm, wir haben ja sonst nichts. Schauen wir mal. Religion verbessern. Ah ja. Ich glaube, wir haben zwar gar keine mit Pagoden kaufen für Zufriedenheit. Profite ist eine stärker Bekehrung, wenn die Religion verbreitet sich schneller. Religion verbreitet sich schneller. Kampfstärke. In der Nähe feindlicher Städte mit dieser Religion, ohne dass die Religion verbreitet worden ist. Machen wir das natürlich. Und wir hoffen, dass wir den Engelsanismus jetzt überall verbreiten können. Auch wenn keine unserer Städte den Engelsanismus als große Religion, als Hauptreligion angenommen hat. Nun gut. Die Einheiten sind weg, ne? Die Gatlin-Kanonen. Hab schon Auge drauf. Großer General, großer Admiral am Start im Mosonkani. Es ist Trall. Weitere Einheiten gefunden. Wenn wir unsere Artillerie hier durchleusten, dann bräuchten wir mal ein, zwei, drei, vier Runden oder so, um sie hier aufzustellen, um Timur klarzumachen, die wiederum auch von der Seaside her angegriffen werden könnten. Oh, hier ist noch eine Kanone. Jetzt haben wir schon einiges an Artillerie, muss ich sagen. Wir haben einiges, was wir nicht upgraden können. Politik einführen. Plus zwei Gold. 55. Hä? Wir haben weniger als vorher? Wir hatten vor 55, jetzt sind es nur 51. Was ist da los? Weird. Ach, äh, der Frachter ist wahrscheinlich hier. Da fehlt noch einer, oder? Wir haben doch 100 Gold sonst pro Runde. Nun gut. Staatliche Hochschule. Wir haben euren Spion getötet, da auf uns stehlen wollte. Nicht einmal der Tod wird mich aufhalten. Darf ich ja einen Alexander nehmen. Lasst uns zusammenarbeiten, Nebu. Auch wenn du viele Feinde hast, ich arbeite mit jedem zusammen. Unser großes Militär ist zum Problem geworden. Es ist viel zu teuer. Es wird Zeit, dass wir es upgraden. Einmal alles durch upgraden. Kostet viel Gold. Schauen wir mal, wie wir das machen. Zum Beispiel mit noch mehr Soß, Seehäfen, Militärakademien. National Epos. Für mehr Großpersönlichkeit. Ostindien Company. Handelswege plus zwei Gold. Find ich gut. Nehme mal mit. Brauchen wir. Athen hat schon. Ja, Athen hat Gold 130. Und Athen hat auch genügend Handelswege, um das klar zu machen. Wenn die Kohle auf der Karte gezeigt wird, und wir Fabriken bauen können, dann wird alles besser. Der Ritter kann nicht upgraden werden. Genauso ähnlich wie hier. Ja. Alle gratulieren wir jetzt meinem guten diplomatischen Geschick. Alle. Ausnahmslos alle. Malschwindel Sophia wird nichts daran ändern, dass sie mit uns verbündet sind. Abgeordnete einsetzen. Gelehrte vor Ort. Embargo schonen ist auch gut. Mir aber jetzt eigentlich auch egal. Er hat nämlich schon die Weltkriegsinfanterie. Das habe ich mir gedacht. Wenn wir noch die Musketiere haben, die man zwar zu schützen upgraden kann, aber mehr auch nicht. Acht Wissenschaft. Das ist ein großes... Oh, schön. Okay, die Schonzen sind im Bargut. Die Gelehrte vor Ort sind eingeführt. Und die Zitronen sind immer noch verboten. Wir können es hier weiter pushen. Verärgert. Dankbar. Die hier werden verärgert. Die hier werden dankbar. Große Wissenschaftler, Ingenieure und Händler. 33% verringert. Krass. Weltideologie, Weltreligion, Natur, Erbstätten. Kulturerbstätten. Das Weltwunder bringt plus drei Kultur in der Stadt. Dann wird Siam von einem Schlag auf den anderen mehr Kultur bekommen, als ich pro Runde produziere. Luxusgut verbieten. Embargo. Stadt, Stadt, Staat, Embargo. Ich weiß es nicht. Ich brauche da gar nichts von. Stehen es her. Was mir egal sein kann, ist halt echt so. Hier, Siam, bitteschön. Mach deine Naturherbstätten. Wir pushen Siam jetzt. Wir sind deren Lakai. Okay, das ist ungünstig. Sehr, sehr, sehr ungünstig. Vor allem eine Stadt gegründet, mit einer Größe von 1 und hat mehr Stadtkampfstärke als meine Hauptstadt. Aber, ja, hätte ich früher selbst drauf kommen können. Und denn? Wir schauen mal, wie wir damit umgehen. Vor allem, ich meine, das können wir ja verkraften, wenn wir erstmal alle schoschonischen Städte eingenommen haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich darauf, euch nächste Folge begrüßen zu dürfen. Bis dann, euer Egon Sonn. Ich bedanke mich.